So, mal gehen wir mal hier lang, das scheint ja irgendwas zu sein, ne? Mal schauen, vielleicht finden wir ja was. So, mal schauen. In Ordnung, große Höhle? Okay. Auch ihr Idioten, ey! Laufen wieder irgendwo lang, wo sie nicht lang laufen, sondern hinter uns auch einer. Ach, warum laufen wieder lang, ey, wo wollen wir überhaupt hin? Da ist doch nur nix, ob man es da doch passt, aber... Ja, ich finde das bisschen blöd, dass man hier echt aufpassen muss wie kleine Kinder, ganz schlimm. Weg für den hätte man ein bisschen besser machen können, und man mal so sagen. So, Ressourcen noch mal, ja, 12.000 Ressourcen. Ja, da könnte man erst mal, beziehungsweise beim Salimit Badenbau so richtig viel mit anfangen. Aber, ja, gibt's gar nicht. Badenbau, hinter uns, hinter uns. Wir sind noch immer noch vorbei, das kümmert die gar nicht, diese Menschen hier. Die fliegen durch die Luft? Ja, ist ja... Ist ja lustig anzusehen. Die sind schon mal, wenn, und ich weiß, sie sind nicht in denlaussten, das kümmert die gar nicht. Das kümmert die gar nicht. Ich weiß nicht, da muss ich gar nicht, ich weiß nicht. Das kümmert die gar nicht. Das kümmert die gar nicht ey, dass die Predator da sind. Das ist ja gemein. Die haben uns alle gegen uns verschworen ey. Da ist die Predator mit den Menschen. Das ist ja bisschen blöd. Hätten sie auch mal machen können, dass sie gegeneinander kämpfen. Ist ja sicher auch sparsig. Haben die Predator ja auch die Elm angriffen hier oder haben die auch die gemeinsame Sache gemacht? Ja richtig fies. Wieder so ein kleiner Predator angriff hier. Mit der Höhle. Die wollen uns auch mal weglocken oder so. Ach ja so. Okay weiter gehts nicht. Der ist noch nicht heile. Was ist das? Okay rennen wir weiter an da wo wir hin wollten. Die waren ja immer angegriffen hier. Von irgendwelchen Menschen die hier rumirren. Sehr verwunderlich. Vor allem die Predator kümmert das gar nicht. Die Predator kümmert das nicht. Die Menschen kümmert das auch nicht, dass sie bitte rumlaufen. Was soll das? Ja hier kommt die durch ne? So mal gucken was sie jetzt hier erwartet. Und wie es dann alles weggeräumt ist. Weil die schon auf uns ammerksam wurden. Man weiß ja nicht. Ja das ist ganz langsam ohne Wegpunkte. Weil man ja nie weiß was einen erwartet. So hier gehts wohl. Ja oben und hier gehts raus. Okay. Mal gucken wo wir landen. Ja. Ihr habt's befürchtet. Dass ihr das nicht auf rein kriegt. Jetzt aber ja. Ihr könnt es doch. Jetzt krieg ich einen Orden. Für Slowheight oder so. Der Orden für die Slowheight. So mal schauen wir ihn hier. Hier ist irgendwas da. Noch ein Quittern. Okay. Hier war irgendwas oder so. Ich weiß nicht. Die bewegen sich ja diese Teile. Da ist ja für eine Stationäre die Schütze. Können sie auch bewegen. Das ist ja ganz gemein. Wobei. Macht ja eigentlich auch Sinn ne? Bin ich trotzdem gemein. Punkt. Das ist trotzdem gemein. Zu sagen hier. Die bewegen sich. Die haben ja eigentlich sowas. Hier ist eine Landezone. Brauchen wir gerade gar nicht. Aber gut zu wissen. Ist ja auch ein Verarbeiter in der Nähe. Oder sind das jetzt. Ist das jetzt eine andere Mission. Witzig ist das hier nur die schwarze Wand kippt. Wahrscheinlich. Achso. Ne. So wahrscheinlich. So wahrscheinlich. Geht wahrscheinlich nicht. Anders da halt dazu stellen. Und die Frage ist jetzt. Wo muss ich jetzt hier lang. Das ist eine gute Frage. Wo ist jetzt hier das nächste Geschütz. Irgendwo muss das hier. Irgendwo muss ja sowas sein. Da vielleicht. Ja. Nehmt. 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 Reparieren wir beide. Medik haben wir auch noch. Was haben wir denn verloren. Was haben wir hier noch verloren. Irgendwo liegt ja ein bisschen rum. Da. Nicht da rum. Ne Infanterie. Nehmt. 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 Oh noch von Mann. Noch so ein Sniper. So ok. Dann haben wir hier verloren. Ok. Infanterie und äh. Vengard. Was ist das? Huh. Ja der wird. Er war verletzt hier. Durch die Disc. So. Und zurück. Zurück. So. Infan. Zwei Infanteristen haben wir verloren. Ne. Was war das? So. Wo ist denn her? Kommt der her. So. Infanteristen. So ist weg. Naja. Aber wir kommen hier voran wie es aussieht. Wir werden nicht noch mal überrannt wie vorhin. Das war ganz übel. Ah ist die Glanzung hier. Einmal hier hin und hol die mal ab. Naja. Äh. Alleine Abraut auch nicht abholen. Das bringt es ja nicht. Wobei die schaffen das auch so. So. Hier ist ne Landezone. Ist mal gut zu wissen. Wir sind auf der linken Seite der Karte. Auf der rechten Seite müssen wir auch nochmal lang. Komplett wie es aussieht. Da werden die wohl auch alle sein. Die restlichen. So. Ok. Alle wieder dabei. Los geht's. So. Mal gucken. Hier muss... Oh ich weiß nicht. Irgendwo müssen die ja stacken. Wir haben mal hier wieder lang hier. Mal ne Karte lang. In dem oberen Teil. Also abzuspielen. So. Mal hier ist immer nix. So. Ist nix weiter. Achja. Ich hab noch längst überschritten. Na 2 Minuten. Na 2 Minuten. Na 2 Minuten. Leider nicht. Aber egal. Kein Ordnung für mich. Muss ich in einem Replay machen. Mal gucken. Ob ich das überhaupt mache. Muss ich auch nicht. Ist ja keine Pflicht. Ne. Man muss ich wieder kein. Riecht ja. Es schief mit dem Hunter. Hm. Ich brauch das ja alles nicht. Ich will aber nur das Spiel durchspielen. Da schaffen wir die Möglichkeit. noch eins. Was. Wo kam die denn her. Man. Abgeschnitten. Abgeschnitten. Mit dem Landungsschiff. Hahaha. Und wir werden nicht abgeschossen. Ich bin ja trotzdem ein bisschen komisch. Muss ich mir einfach mal sagen. Mit dem Landungsschiff. Dass das hier nicht so. Dass das einfach so funktioniert. Ja. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Hier ist noch ne Landezone. So. Wenn ich jetzt hier eigentlich alles stellen müsste. Würde sie eigentlich abgeschossen werden. Oder haben wir jetzt noch. Erledigt. Ich weiß es ja nicht. Da muss ich mal suchen. Diese doofen Dinger. Das kann ja nur. halt kein Halter werden. Mal schauen wo die stecken. Die hier irgendwo sind. Vielleicht hier oben. Na? Hm? Na hier? Irgendwo muss ja. Hier sieht fast alle müssten als wäre hier was. Kommen die alle mit? Ja. Kommen alle mit. Die hängen alle ein bisschen hinterher. Wegen müssen warten. Bis wir alles zusammengesammelt haben. Hoffentlich geht's hier weiter. Nicht das wie eine Sackgasse ist. Ich vermute aber nicht. Hoffe es nicht. Sieht nicht so aus. Das war Drang-Gun Nummer 3. Aber noch 2, 1 und 4. Ok wo sind denn außen 1 und 4? So kann ich mal wieder zurücklaufen. Und dann hier runter zur Landezone. Wo waren die? Wo waren die? Ach da. Ok. Ok. Ok haben wir. Das all geschafft. Mit dem. Hallo? Machen wir den jetzt? Ähh. Hallo? Lauf einfach mal da lang. Echt? Geht aber nicht das blöd. Rum in der Wildnis. Einmal zum Abschlachten bitte. Einmal zur Schlachtbank führen. Einmal zur Schlachtbank führen. Ehh. Achja. So. Ok. Ja. Wir wurden vorhin einmal überrannt. Das war große Schwierigkeiten. Die größere Gruppe. Die uns eine Landezone überrascht hat. Der Rest war bisher nicht soo schwierig. Aber ich will nicht den Tag von Abend loben. Vielleicht waren das ja alle Truppen oder so. Von denen. Ich weiß es ja nicht. So. Weiter gehts. Nach... Wohin sollen wir? Keine Ahnung. Sind hier lang? Hier hoch? Vielleicht rennen wir mal unten lang? Mal gucken. Ich renne mal unten lang. Mal gucken hier. Irgendwo musst du da nach rechts kommen. Wer weiß wo ich hier lande. Ich weiß es ja nicht. Ich weiß es ja auch nicht. Mal schauen. So. Hier ist auch noch was abgestürzt. Habe ich nur ein Synthetic? Woher kommt der noch hinterher? Hm? Habe ich nur ein Synthetic? Oh. Na ja. Gut. Der nächste stört bestimmt. Ach. Hol's wieder hin. Da gibts nix zu sehen. Da ist nix zu sehen. Du. Ach ne. Da ist der zweite. Dann ist alles okay. Doch. Ja. Doch. Vollzählig. Wenn man es so sagen soll. Aber die verdrissen eigentlich relativ gut gegen Predator. Hätte ich nicht gedacht. Eigentlich. Wenn man die ganzen. Spiele kennt. Äh. Als irgendwie ist man natürlich immer am Arsch. Wenn es gegen Predator geht. Ja. So. Mal gucken hier. Wenn man hier irgendwo lang gehen muss. Lang gehen muss. So. Okay. Mein Horn. Bog man. Hier sonst breit nichts mehr. Alles tot. Was hier? Was ist denn hier? Ein Pferd Gun. Eine Pferd Gun ist hier. Ich bin einfach hier wieder rum, nach der Nächste. Ohja, wenn dahin. Guck dahin, da. So. Wir haben keine Einheit verloren, weil nur die Synthetix-Fälle zu uns sind. Die wurden ja schon so oft repariert, aber wir halten bis länger viel aus. So. Das war wieder so eine Verteidigungsstellung. So. Ja, oh nein. So gehört sich das. Wieder dabei, ne? Haben dich vermisst? Ja. Eigentlich nicht, aber... Ob das dabei sein ist alles, ne? So. Bremen werden wieder, haben wir ja Zeit. So, wo eigentlich diese Delta-Squadron, ist die unten auf der Karte oder auch laufen wir hier grad in die Arme? Ich weiß es nicht, wo die sein könnte. Könnt ihr auch überall, die muss ich auch noch suchen, hält ihr grad auf, ne? Ja, abstehend abzweck, die haben wir auch noch nicht gefunden. Da sind die auch schon getot, wer weiß er schon. Die da oben waren offenbar nicht, das abgestimmte Schiff war wohl nicht Delta. Ja, deswegen, mal gucken, ob die irgendwie finden. Mal schauen. Ja, ich hab mal eine Raketen reingelaufen und so'n tot. Da fliegt er mal in die Luft, das sieht mal lustig aus. So, ich weiß gar nicht, wo ich hier grad lang gelaufe. Mal gucken. Aber die sind mal so weit da hinten, ey, das ist immer gefährlich. So, irgendwo muss doch hier irgendwo was sein. Ah, Delta Squad Relocated. Jetzt haben wir so 30 Einheiten. Oh cool, warte mal. Wir haben ne Sniper dabei, ne? Warte mal kurz ne Sniper, äh, upgraden, so. Damit die bisschen besser austeilen können. Sarde und ein paar Sniper. Smart Guard hab ich auch noch. Da haben wir ja grad Delta gefunden, so auch Zufall. Na ja, gut, warum auch nicht. Warum auch nicht, äh, heh. Ich will mich ja nicht beschweren. Das war ja der Zufall, dass wir einfach in die Arme gelaufen sind. So, geht's jetzt hier irgendwie weiter oder ist das nur... Oh, hier geht's noch weiter. Oh, geht's hier zum nächsten irgendwo? Ne, hier ist es hinten eine Sackkasse. Ah, direkt in die Sackkasse gelaufen. Ja, super. Dann kommen wir wieder zurück. Ach ja, jetzt haben wir das Sniper. Dann haben wir 30 Einheiten. Wollen wir immer keine mehr bestellen. Erst recht nicht. Dann haben wir nämlich mehr als das Populations... Populations Limit. Was du sagen soll. Einheiten Limit. Ich sag mal Populations Limit. Weiß ich auch nicht warum. Keine Ahnung. Weil wir halt nur 30 Eier. 30 Leute nehmen können, ne? Population eben. Das macht eher als Alien Sinn, ne? Ich sage Populations Limit. Weil mir ist ja nur ein Einheiten Limit einfach. Und es wäre doch da hoch, wo ich eben davor so nicht stand. Aber mal gucken. Irgendwann geht's ja bis eben hoch. Hier vielleicht. Copy that!